Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Immer wieder suchen wir ja Möglichkeiten, Ausflugsziele fürs Wochenende. Ja, und am Tag der Arbeit, da wollen wir ja alle nicht arbeiten. Das wollen wir ja feiern, dass wir nichts zu tun haben. Und richtig, das ist die Gelegenheit, hier bei mich auf den Dorf zu kommen zu Bauer Call. Am 1. Mai haben wir hier einen richtig schönen Familientag. Ab 10 Uhr. Und hier auf diesem Hüpfkissen, da können alle mal ausprobieren, ob ihr Cerebrospinales Nervensystem, also das Kleinhirn, noch richtig intakt ist. Und da wirst du mal sehen, dass alte Leute hohe Sprünge machen, das ist nicht einfach. Das musst du trainieren. Den Kleinen, den geht das so weg. Aber bei uns, da ist das schon eher eine Herausforderung. Jetzt den Kalender aufschlagen, 1. Mai, Kreuz machen und ranschrieben. Bauer Call Familientag. Und der Tag ist gerettet, auch für dich. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick. . 10. Mai, Kreuz furcht. . .